Was genau, Freunde? Warte geht es mit einer neuen Folge RoboCop und SorboCop auf Streife, Freunde. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und natürlich erstmal Dankeschön für euer Feedback, für eure ganze Unterstützung bei dem ersten Video. Anscheinend habt ihr wirklich Bock auf ein weiteres. Dementsprechend gibt es auch ein weiteres, Freunde. Ihr wisst Bescheid, ich meine, einer muss ja hier für Recht und Ordnung sorgen und das sind wir hier. So, das hatten wir ja alles schon, wird aber trotzdem noch angezeigt, obwohl es schon durch ist. Okay, gut, wir müssen zum alten Schlacht rausfahren und wenn, da wahrscheinlich nochmal für ein paar Schnitzel sorgen quasi. Ich meine, ey, Hundewitz, das erste, also der erste Partie, das erste zwei Stunden übertrieben, nice, wirklich, es macht richtig Bock. Ich hoffe, das hält das Level, dann wäre das ein richtig unterhaltsames, geiles Spiel. So, ich würde sagen, wir ziehen durch, oder? Let's go. Und, Freunde, natürlich, logischerweise, wenn ihr Bock habt auf mehr, auch hier gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar da lassen. So, das ist, wo Sook ist supposed to beidemt. Ich kann wirklich sagen, es ist, wenn er eine Bewertung zu senden, die ganze Stadt zu senden. Ich bin, Rudi hat uns vergessen. At least, ich will nicht so schlecht, wenn ich das Party kraschen. Murphy, ich war mir über was zu dir passiert, bei der TV-Station. Vielleicht sollten Sie nicht... No need for alarm. Becker's Chip ist, dass meine circuits in checken. Du bist mehr als nur die Strecke, Murphie. Unter all diesem Metall, du bist immer noch du. Alex Murphie ist weg. Er hat seine Leben verloren. Und in diesem Bedienung, du stehst du weiter. Du hast mehr gemacht für diese Stadt, der jemanden ist, als ob jemand alive ist. Das muss sich für etwas beteiligen. Ich werde jetzt aufhören. Okay. Ich weiß, dass dein Junkie-Friend nicht verbunden hat. Er ist der Typ, der möchte verbunden sein. Wir werden sehen. Ich kann nicht hören, keine Musik. Ist das eine Sprechung? Wir gehen über die Städte. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir brauchen eine Warrant. Jawoll! So gefällt sie mir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dass wir ein paar Sachen finden hier. Zum Leveln. Neuer König. Es scheint, als wären wir Zeugen der Geburt eines neueren Drogenimperiums. Obwohl Kane der Drogenboss und Erfinder von Nuke tot ist und sein Kult aufgelöst wurde, sind die Drogenfabriken weiterhin aktiv. Während Nuke weiterhin die Straße von Detroit verwüstet, hat jemand offenbar Kanes Nachfolger angetreten. Die Frage ist, wer auf dem Thron des Drogenkönigs sitzt und was die städtischen Behörden und die Polizei dagegen unternehmen werden. Mehr auf Seite 5. Und übrigens, wer sich da beschwert wegen der Synchro? Gerade von Robocop, das ist der original Schauspieler, der da spricht, wa? Das ist der original Synchro. Also... Leute, 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 Leute. Er macht das doch super, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was es da zu meckern gibt, oder? Jetzt mal ernsthaft. Warte. Ich denke, ich kann etwas hören. Vielleicht war dein Informer gleich nachher. Gherkin, war es? Piggels. Piggels, Piggels. Piggels. Ja, geil. Gerechtigkeit schläft niemals. Nice! Ach Mist! Scumbag! Hab ich die MP gar nicht mehr? Oh! Juckt mich gar nicht! Schreie! Ach! Schreie! Schreie! Ja! Das ist, derjenige! Ich bin Lewis. Ich habe und Murphy herausgefunden ein Lab Torch-Heads in der Altangebütze. Multiple Belegegeleiteten wurden neutralisiert, aber trotzdem sind die Gefängnis aktiv in der vicinity. Gank Leader included. Erkst die Abwehr. Okay, das Baby nehme ich hier mit, obwohl ich glaube, das ist nicht schon wieder so eine Tür oder so. So, warte mal eben kurz. Liegen hier noch ein paar Drogen oder so, ein paar Drugs. Ja, hier, okay, nice. 25 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben, wa? Leute, ist doch klar. Oh, das ist doch klar. Ich werde das Probable Cause nennen. Keine Warnung. Sie sind alles, Partner. Probable Cause confirmed. Ohohohohohohohohoho. Ey, ist das nice Smokin' out Ich will noch ein Arnie Ich will ein Arnie-Game, Mann Ich will ein Game mit Arnie, Junge Oh, shit Oh Gott, ich bin fast tot Ich will attack my freaking ass Round two I'm hit You're patty, I'm geek Oh, man Nee, so wird das nix Ich muss doch hoch Ah, ok, ich seh's schon Oder? Wir machen's so Hat das geklappt? Ich glaube ja, oder? Dreckig Schweine Komm her, du Sau Scheiße, ich dachte Okay, da ist schon wieder ein Safe Schon wieder ein Safe Geil Geil Gib her hier. Ganz schnell hier. Her damit. Ja, keine Ahnung, wo der Code ist. Ich weiß es halt nicht. Die Frage ist halt wirklich, ob es diesen Code überhaupt jedes Mal gibt. Was redet sie? Ach, jetzt gehst du plötzlich vor, wa? Was macht die da? Moonwalk? Ja, es ist halt die Frage, ob wirklich jedes Mal der Code dort liegt. Oder ob du halt entweder die Fähigkeit hast manchmal, oder halt nicht, und dann hast du halt Pech gehabt. Ist das halt die Frage, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Oh mein Gott! Warum trepp ich den nicht? Oh mein Gott! Was ist das? Ey, die Mucke wird baffend. Manchmal echt... Ach, da ist einer! Manchmal echt so laut, ey. Na, dann pass lieber auf dich auf, ey. Okay. Das ist sehr gut, das brauch ich. Ist das nice, ist das nice, das Game, man. Ach, Mensch. Ich dachte, der Verdacht besteht. Das hat doch gerade gesagt, ist ja offensichtlich deren Hütte hier. Das sollte doch reichen, eigentlich. Perfekt einsortiert hier schon. Mann, ey. Ich muss echt erst durch die Tür laufen und dann werfen. Okay. Sehr gut. Was haben wir denn? 670 von 1000. Gut, das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir ein neues Level haben. Gut, das ist es ein Lebenszeit. Gut, das ist ein Lebenszeit. Gut, das geht euch. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Danke für die Granate, Mann. Tja, was soll ich dazu sagen, Mann? Ey, Junge, das ist einfach so eine simple geile Freude bei dem Game gerade irgendwie. Ich weiß es nicht. Es macht einfach Bock. Es macht gerade einfach nur Laune. Es macht einfach nur Laune. Ich kann immer noch das machen. Ich kann immer noch... Das kann nicht funktionieren. Ich habe alles perfekt eingestellt. Lass uns sprechen. Take the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with Nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get it... That's quite a grip you got there. Hmm... Huh, werfe ich dich rein, ey. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Okay, nicht schlecht. So, warte mal eben kurz. Da redet... Da hat doch gerade noch jemand anders geredet. Habt ihr die andere Stimmung gehört? Hast du jetzt langsam mal genug hier? Ich will wieder ein save. Besser für dich. Lewis, I have soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside. Right next to me. We're having a nice citizen officer chat. Why don't you take my rising star and join us? So we can exchange partners. Hey, what the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In their case, giddy up! Hmm, okay. Gut. Gehen wir mal zu ihr. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is... That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. I need some fluke. I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Uh-oh. 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 What are we stopping for? Huh? Has your battery drained or something? Not well. Dude, dude. Das war's! Piggi's scared of a meat hook? Hahaha! Lewis? I'm alright Murphy. Drop your weapon, you are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot, short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a rider you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so. I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you wanna talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities. And yet, you attach yourself to something that is the weakest in you. To the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments. No leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking. Why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switching back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down, he'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My partner was shot, and I need to find the person responsible. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I am not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Do not say I did not warn you. Consider me warned. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand. You must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And ED-209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Okay. Oh! Ah, this is the discount dealer. Ey, das waren wirklich zwei komplett... Ah, die haben wir aber nicht gefunden, ne? Die hatten wir, glaub ich, nicht, äh, am Start bisher. Die hatten wir noch nicht gefunden in dem Gebiet. Bin ich mir eigentlich recht sicher, dass das noch nicht angezeigt wurde. Hm. Warnung für Mo... Hä? Alle Verstöße entdeckt. Vorfall in Lebensmitteln angeklärt. Au, Mann, ey. Wieder nur B. Ah, verdammt. Ich dachte, das wär... Ähm... Ich dachte nur, diese eine Nebenmission, die wir noch offen hatten mit den, äh... Verbrechenmelden... Würde denn abgebrochen werden, weißt du? Weil, die hatten wir, glaub ich, nur offen. Die anderen, die jetzt gerade gezeigt wurden, die haben wir noch gar nicht entdeckt. Da hätten wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen die Stadt erkunden müssen, den Stadtteil. Äh... Ja, nicht schlimm jetzt. Ist jetzt auch nicht so schlimm, hab ich gesagt. Okay, äh... Also... Ich würde wirklich sagen, ich mach das hier weiter, äh... Markiert die Standorte wertvoller Gegenstände oder Daten auf deiner Karte? Ja, doch, doch, das ist gut, das ist gut. Wir haben sogar drei, guck mal. Zwei brauchen wir nur noch, dann haben wir alles voll. Und dann geht's ab mit den anderen geilen Sachen, äh... Ja. Oh, 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 hat er es übernommen? So, nochmal. Hm, yes. Okay. All done. Robo! Es ist etwas, was ich euch zeigen muss. Ich weiß, dass OCP ein echtes Schmerz in der Karte sein kann. Aber das könnte dein Geist ein bisschen verändern. Wir haben hinter den Szenen gearbeitet, um dein Seidarm zu geben, das Tränen zu verdienen. Der Auto 9 kann jetzt mit einem Motherboard geäußert werden. Als das Motherboard in die Mutter ist, wird man ein paar Prozessoren auf ihn verbunden. Echt Prozessor kann dein Ziel verbessern, Schmerzen oder Stabilität verbessern. Sieh für dich. Oh, geil! Okay, Verbesserung... Sorry. Verbesserung für Auto 9. Oder Auto 9. Setze einen Chip in einen leeren Steckplatz auf deiner Platine ein. Die Chips haben verschiedene Anschlussarten und Verstärkungsstufen. Nutze sie, um andere Systembereiche mit Strom zu versorgen und deine Auto 9 aufzurüsten. Vermeide die roten Komponenten, Reduktoren, die die Werte der Waffe verringern. Okay. Jede Platine hat eine andere Spezialisierung, ein anderes Layout und andere Vorteile. Es kann immer nur eine Platine gleichzeitig aktiv sein. Das... Das... Äh... What? Ich hab's nicht... Okay. Äh... Waffen schon... Oh. Alles passt zusammen. Okay. Ähm... Ach, ein Junge. Sorry. Ja, komm. Mein... Mein Ding hier. Jetzt hab ich's... Jetzt hab ich's erst richtig gesehen. Mensch. So. Warte mal. Ähm... Jetzt seh ich ja erst hier die Ecken da. Mann, 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 Mann. Warte mal, warte mal. Wenn ich den jetzt hier zum Beispiel rein tue... Dann ist der... Okay. Mhm. Okay. Was ist denn, wenn ich... nur den hier nehme? So. Gut. Jetzt, äh... Wo, 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 wo? Mh... Schwer. Machen wir mal so? So. Mensch. Be on the lookout. There's OCP-Tech in everything. You wouldn't believe, how many useful processes can be salvaged from old devices. Okay. That's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man. That takes guts. Du hast nen kleinen Schädel, Mann. Du hast nen richtig kleinen Kopf. So. Ich war noch nicht fertig. Ähm. Hm. Naja. Das macht ja nicht so viel Sinn. Hm. Tja. Puh, 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 puh. Den kann ich da rein tun? Ah, ne. Das macht ja keinen Sinn, äh. Das ist ja scheiße. Das macht ja gar keinen Sinn. Muss ja auch den Anschluss haben. Ähm. Hm. 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 Nehmen wir das so. So. Hm. Hm. Das passt eigentlich, oder? So. Da brauchen wir noch einen. Den hier. Nehmen wir den hier. So. So. Schipfusion. Aha. Das kann man auch noch machen. So. Okay. Krass. Das ist ja natürlich. Das ist ja natürlich geil. Das ist ja krass, dass du dir auch noch... Hey Junge, da kannst du dich ja richtig austoben. Gut, 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 ja. Kannst du dich aussuchen und das nimmt auch einiges an Zeit und Anfrucht. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt bei 40% mehr aus Notizen, ja. Das ist schon eine Ansage, würde ich sagen. So, muss ich hier wieder helfen, oder was? Nein? Schaden. Ich weiß nicht, ob sie hier noch... na, okay. Jetzt suche ich natürlich die ganze Zeit, ja. Jetzt suche ich, suche ich, suche ich. Ja, come on. Ich möchte, dass ich es schaden. Danke, Murphy. Ich wusste, dass du das verstehst. In der Fall, es gibt ein paar Signaturen, die wir noch brauchen. Kannst du sie fragen? Ich denke, ich brauche einen Moment. Ich habe zu beginnen, Kowalski ist irgendwo in der Lobby. Entschuldigung. Kowalski. Aha. Information zur Krankenversicherung. Muss ja jetzt nicht alles vorlesen, oder? Achso, da ist das Face, ja, ich weiß nicht gut. Dann macht er denn da. Ja, ich weiß nicht, dass du den Getwell card hast, für Lewis. Ich muss es, dass ich es, dann passen Sie es an, dann passen Sie es an zu einem anderen Officer. Ja, sicher, das ist eine großartige Idee. Da geht's. Es ist es. Aber, kann man es an, dann passen Sie es an zu einem anderen Officer? Ich glaube, ich möchte hier ein bisschen länger bleiben. Aber warum hat er denn mal auf die Nase bekommen? Ich schaue für Officer Kurtz. Er ist in der Schauber. In der Fall, er hat sich in da für eine halbe Stunde. Mein Eich-Signatur merkt, dass das Wasser ist kalt. Alles gut, Officer Kurtz? Oh, du sprichst mit mir? Ja, ich glaube, ich habe hier länger als ich erwähnt. Ich habe eine Karte zu schreiben. Es ist für Lewis. Oh, uh, I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Junge, wir sind Robocop. Was machen wir hier gerade eigentlich? Brüder in Blau. Yo, Ramirez. Ich habe deine Unifernum Spind liegen lassen und die Einschlusslöcher schon schön geflickt. Ich machte keinen Kopf darüber. Aber wenn ich noch einmal höre, dass du mich ein Strickmütterchen nennst, gehst du in den Unterhosen aufstreifen. Okay. Das Gelbe. Mal, wenn ich jetzt blinde habe. Ah, da oben. Das ist gut. Danke. Ich habe mir einen Moment. Da. Ich glaube, es ist schön, was du machst. Du bist schweig. Ja, ich bin in meinen Gedanken geblieben. Ich habe nicht gesehen, dass ich die ganze Wasser verwendet habe. Ich denke über Lewis. Ja, aber ich kann nicht vorstellen, was du denkst. Sie ist deine Partner. Ich sehe, dass O'Neill noch nicht eine Karte hat. Sei ein guter Mann und es geht zu ihr, okay? Sie ist in der Runde. Sie wird mir schreit, wenn sie eine Karte hat für Lewis und sie hat nicht die Karte. Ich werde sicher, dass das passiert. Die Karte ist in der Runde. Sie hat eine Karte. Sie hat eine Karte! Sie ist alles gut? Ich glaube, meine Waffe nicht nachvollziehen. Ich kann mir ein Karte machen. Sie haben eine Karte für dich. Soll ich hier schon wieder einen neuen Rekord aufstellen, oder was? Erziele dabei mindestens 15 Punkte. Ja, reicht. Dein Wettbewerb ist verabschiedet, richtig? Ja, ich denke so. Was ist das Thema? Ich kann nicht schlafen. Ich wollte hierher kommen und ein bisschen Schrauben schlafen, aber meine Hände sind schlafen. Ich bin überlebt, und ich bin überlebt, und ich bin überlebt. Officer. Es ist nur, dass, wenn es dich passiert, könnte es zu jedem von uns passieren passieren. Louis ist ein schwerer Kuchen. Sie wird durchsuchen, ich bin sicher. Aber ich bin nicht so sicher, dass ich das gleiche Sache sagen kann über meine Partner. Ich bin sorry, ich habe nicht gesagt, es zu machen, es zu machen. Es ist ein Verständnis. Ist es da nichts, ich kann für dich tun? Okay, das ist wirklich nicht die beste Mission. Ich meine, die kleinen Gespräche sind okay so, aber naja, da fand ich das schon, als wir am Schalter geholfen haben, irgendwie lustiger. Vielleicht glauben, dass ich das mache, weil ich nicht weiss. Aber ich weiss für alle und alle von euch. Und was ich versuche zu sagen, ist, dass ich... 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 Ich möchte diese Karte schreiben. Wenn Sie mich lassen. Wir sind eine Familie. Du solltest es schreiben. Jeder ist schon hier. Louis, sie hat einen Vorteil gemacht. Wir müssen diejenigen, die das gemacht haben. Das ist meine Intention. Ja, die kleinen Gespräche sind ganz unterhaltsam, finde ich. Auch wenn es natürlich eine Laufbursch-Mission war jetzt. Aber trotzdem. Vielen Dank für diese Möglichkeit, Herr Becker. Sie sind sehr entscheidend. Ich muss sie sehen, wie 20 Mal gesehen haben. Ich glaube, sie wurden verloren in der Bibel. Das hat nicht zuhörst, hat es? Du bist persistente und wunderschön. Du hast höchst die Zahlen auf alle die Ereignisse. Du bist ein ganzes Kartei. Aber auch ein gewisses Wahlkartei. Außer von dem, dass du nicht mit den Fähigkeiten vermitteln hast, das ist eigentlich sehr fantastisch. Schmerz. Entschuldigung, Herr. Warum ist ein Fähig so wichtig für dich? Mein Vater war ein Polizistiker, und sein Vater war auch. Will ich noch ein Badge? Oder sterben. Das bedeutet? Du wirst nicht gefährdeten deine Karriere, richtig? Nein, Herr. Ich möchte mit meiner Investitionen weitergehen, damit wir wissen, dass der neue Mann ist Wendel Antonowski. Hat er überhaupt nichts zu hören, was ich schon gesagt habe? Absolut nicht. Du bist aus dem Fall. In Wahrheit, du bist aus dem Fall. Es gibt ein paar Dokumenten, die in der Rekord-Rumme brauchen. Das ist dein Priorität jetzt. Entstanden. Tja, Kleiner, du musst noch einiges lernen. Einiges lernen. Okay, zum Aufzeichnungsraum gehen. Machen wir sofort. In der Hoffnung, dass ihr irgendwas liebt, ey. Nichts liegt hier, leider. Ich brauche mehr Level, ey. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work. So, you know, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insists that I found a job here for you. I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips? This records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Uh, just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Okay. Okay. Working perfectly. Good as new. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Wie wechsle ich denn? Ah, so. Polizeibehörde von Detroit. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Briggs? Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the street vulture territory? Briggs schon wieder. Oh, that was the guy. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say. Go kick ass for Louis. Okay, Bruder. Machen wir. So. Server Field Funktion. Ja, machen wir. Dem helfen wir nochmal kurz zu Ende. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Very good. Okay. That's Revier verlassen. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. Can't trust us. Ah nice. Richtig cool. Da merkt man einfach auch irgendwie an dem Spiel. Die haben sich echt Gedanken gemacht. Weißt du, die haben sich einfach mit der Materie auch auseinandergesetzt. Was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that street boat just turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning right? What if something happens again? Hey Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're cop in a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Don't do this to me. Not on my first day. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf. Especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be a first. I'm gonna get fired. The street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Hey, this is so nice. Hey, this is a one liner. Geil. How do you feel like this? So, how do you feel like this? How do you feel like this? To me, how do you know? What I feel like this? I'm looking for this Terminator game. Resistance. I've got no idea. How do you find this? How do you get this? What do you think? Ey, das könnte vielleicht nie gesorgt werden. Mal gucken. Aber Terminator hatte ich schon richtig Bock jetzt. Zweifelmitteln. Ich habe gehört, dass es jemandem nicht gefällt, dass ich angeordnet habe, das Nuke zu zerstören, wie wir diesen dreckigen Torchheads geklaut haben. Street Vultures nehmen keine Drogen und sie verkaufen sie auch nicht. Die haben unsere Regeln und wenn wir unser Imperium aufbauen wollen, müssen wir uns an sie halten. Hat irgendjemand ein Problem damit? Dann würde ich das gerne hören. Denn ich schneide liebend gerne jeden die Zunge aus dem Maul, der meine Befehle infrage stellt. Spike! Ja, das ist ja so. Sehr gut. Ich müsste doch fast schon wieder alten Level sein, ja. Ach, guck mal, wie wir... Ach, guck mal, von hier sehe ich das? Was? Bin ich von hier gekommen? Ja, das war das, oder? Ja. Ich verstehe aber immer noch nicht genau, was das... Ach so, doch jetzt... Ja klar, doch, jetzt verstehe ich das. Das sind einfach die Chips, die wir uns einsetzen können. Ja, stimmt. Ja, na klar, natürlich. Jetzt verstehe ich das schon, ja. Ja, wow. Drei Zwölfer reingetan und am Ende kommt ein Zwölfer raus. Abandoned Squadcar sited. It could belong to Officer Briggs. Ich kann es nicht berücksichtigen, based auf Ihre Meinung. Ich bin bereits in genug Probleme. Da ist blood auf dem Seat. Ich meine... Es ist möglich, es gehört zu jemand anderen. Bullet holes in der Bodywork. Ja, jeder Motorrad in der Precinkt hat bullet holes. Was? OCP Tracking Device. Torn out. Oh, das ist warum keiner weiß, woher zu sehen. Ich werde folgen die Bluttrail von der Auto. Ich werde folgen die Bluttrail von der Auto. Ich weiß nicht, ob ich hier noch vielleicht was Geiles entdecke, ey. Na egal, komm. Folgen wir den Schuhe. Besser ist es. Ich werde die Bluttrail von diesem Schuhe. Ich werde hier noch bewegen. Ich werde mich für dich. Ich werde mich für die Bluttrail von dem Fußball durchschreiben. Ich werde mich für die Luttrail von der Kunststoffe bekommen. Ich werde mich für die Luttrail von dem Fußball aus. Ich werde mich für die Bluttrail von zwei Minuten drehen. Ich werde mich für die Bluttrick. Und dann... Die Blutspur. Guck mal, wie krass das jetzt markiert, ey, da hinten. Die Blutspur. Die Blutspur. Die Blutspur. Die Blutspur. Die Blutspur. Die Blutspur. will da mal einer sterben oder was? jaaa, Junge waren das alle? ne, ich hab ja noch einen ich versteh mich warum die musik so krank laut ist bei den gamen immer wieder ich hab die ja schon ganz gut runtergestellt die musik gefahrenquellen eliminieren vorne wenn ihr bis hierhin geschaut habt denn wir hören jetzt ja auf schreibt mir doch gerne mal motorradboys rein oder sowas ja motorrad oder motorradboys die ich gerade platt gemacht habe die ich einfach vom motorrad gegriffen habe weil ich einfach fucking Robocop bin das macht richtig Bock das game ich hoffe euch hat es auch gefallen Freunde habt ihr Bock auf mehr? lasst mich das gerne wissen, liken, kommentieren auf jeden Fall um das wie gesagt für den Algorithmus auch ein bisschen zu unterstützen damit noch mehr Leute dieses geile Spiel so ein bisschen vielleicht entdecken so das war's wir hören uns so oder so in anderen Videos oder vielleicht auch in Robocop also haut rein und tschüss das war's